Hallöchen zusammen, der Onkel Wied ist wieder am Start und wen hat der Onkel Wied dabei? Aua! Wenn der gerade wie so ein Bekloppt auf die Anzeige schießt. Ich doch nicht. Nein, du niemals. Richtig, wir haben den Onkel Dracheus dabei. Und wir spielen heute... Bitte, wir... Willst alle Lichter ausschalten wie die andere Lampe? Ich hab auf das Straßennamensschild geschossen, dabei ging das Licht aus. Ja, du, die Erdung geht da kaputt. Ach so. Ja. Richtig, wir spielen The Division? Nein, Legion. Wir haben es gerade schon mal versucht aufzunehmen, dann hab ich gemerkt, dass mit der X-Story einfach da nur 10 FPS rauskommt. Das war mir entschieden zu wenig. Dann haben wir eine halbe Stunde rumgeweckt. Ich bin jetzt bei Fraps gelandet, kann also quasi... Ich hab nur eine Audiospur übrig, ne? Am Ende, die rauskommt. Ja, bei Fraps hast du eine Audiospur für den Desktop. Hä? Der Desktop-Ton ist eine Audiospur. Und meine Mikrofonspur landet auf der gleichen, oder wie? Deine Mikrofonspur musst du in einem separaten Programm aufnehmen. Hä, nein, ich hab doch angehakt, dass es mit aufnehmen soll. Ja, okay, dann ja. Dann landet beides auf einer. Gut, dann wird eben das mit aufgenommen. Ja, eben, äh, ich hab nur eine Audiospur, deswegen, äh, entschuldigt bitte den einen oder anderen... ...lauten oder leiseren Ton vom Dracheus oder vom Spiel. Ich kann's nachjustieren, ich hab's quasi offen. Ich werd's auch gleich mal kurz nachjustieren. Hm? Bricht dann die Aufnahme ab? Nein, sie bricht nicht ab. Oh, das ist toll. So, wir spielen, äh, Nahtbarnproduktions-Texinos lahmlegen. Hm? Mit einem Level über dem Dracheus, deswegen lass ich einfach mal alles mit Dracheus erschießen. Ah, wie ist sie? What the fuck? Was ist denn hier passiert? Ich finde, du hast das schon gemacht? Ja, hab ich aber, ist schon ein bisschen länger her. Wir wollten eigentlich auch schon eine Stunde früher anfangen mit Zocken, aber dann haben wir gemerkt, ach, da kam auch die ja mein Patch raus. Ja, also, ich, mich hätt's ja nicht gestört, bei mir waren's ja nur 6 Minuten, beim Flieg waren's 50 Stunden. So, dahinten steht einer. Soll ich dir mal machen? Wenn Sie einen Tag finden, machen Sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Kräler... Wir wissen nur waffentechnisch ausgelegt. Wir haben alle gesehen, was Sie damit anrichten können. Sniper. Ach, du auch? Also, ich hab ne Sniper und ne PDW. Ja, PDW ist ja... Sind die Idioten etwa gerade ins Feuer gelaufen? So aus. Die sind echt ins Feuer gelaufen. Ah, hier kommt einer. Ich weiß gar nicht, glaub ich hab die MP7 oder irgendwie so. Ja gut, dann halt kein Deckung. Wuiiii. Was war noch mal looten? E. Ne, F. Kannst du das kaputt schießen, oder? Hä? Ja. Wollten wir... Vielleicht solltest du... Vielleicht solltest du... Eventuell bevor du drauf schießt, davor weg gehen. Ich bin Feuer und Flamme. Immer die oberen. Ich will mal die Sprinten-Taste drücken. Dabei gibt's ja gar keine Sprinten-Taste. Shift. Ja doch, gibt's doch eine. Hä? Hä? Merkt man, dass ich schon lange nicht mehr gespielt hab? Also etwa seit... Oh, ich kenne mir gar nicht die Kettensäge, die hier liegt. Also, ich glaub ich hab das letzte Mal gespielt, bevor... Möchtest du hier, Dracius? Kannst du mir die Kettensäge mitnehmen? Hoah! Äh, bevor der erste DLC rauskam, hab ich glaub ich das letzte Mal gespielt. Ich hab's tatsächlich vorgängst noch das letzte Mal gespielt. Echt? Ja. Ich kenn dich doch. Unten, oder? Gehen wir da lang? Was ist denn? Ach, hier unten. Huh, ich hab' geschossen. Hehehehe. Ach, weißt du was? Ach, weißt du was? Deckung! Ich, äh... Hast du das Önkelchen da mit in lila? Danke. Ja, genau. Ja, äh, ich hab bisschen drauf geschossen. Ich hab von irgendwo noch anderes geschossen. Ja, äh, links unten. Der hier? Ach, okay. Das... Müsst... ...es gewesen sein. Achtung! Ich komm mal zu dir. Kann mein Gott, wenn ich zu dir. Äh, bopp, 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 bopp. Aber sie hat ja eigentlich.. Einiges getan seit Release ja schon, ne? Also, abgesehen davon, dass heute glaube ich der letzte DLC rauskam, ne? Oder nee, Patch 1.6 kam heute raus. Gibt es ja auch so einen Überlebensmodus irgendwie? Habe ich mir noch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Ach, da kommt man gar nicht hoch. Komm ich denn da hoch? Ich stehe da hoch, dann halt nicht. Ach so, hell. Oh, aus hier. Achtung, Deckung. Achtung, Deckung. So, boop, 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 hoch würde ich sagen, oder? Also, wir sind jetzt quasi, das heißt hier quasi, wir sind mitten im Spiel, für die lieben Zuschauers. Richtig. Wir werden jetzt aber auch nicht so darauf eingehen, oder? Nee, also ich meine, ich habe einfach nur Bock drauf gehabt, was aufzunehmen. Äh, was ich gestern schon gemacht habe. Ich weiß auch nicht, wann das hier kommt. Ähm. Und mit dir eine Runde zu zocken. Wohin? Ach da lang. Hier. Ich weiß nicht, was das Ding bringt, aber wir lassen es mal laufen, erschießen sie beide gleichzeitig. Alle drei gleichzeitig. Wird wohl nix. Bum 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 bum. Ah, da hinten, da hinten kommt ein, äh, Boss. Der ganz recht ist. Na, nicht da hoch klettern! Ich kümmer mich auf die Vorderrechts. Wenn der hoch kommt. Hier noch nicht mehr so der draufgehende Typ. Da oben. Hier liegt nix, ne? Aua! Ja, warte. Nicht drüber klettern! Sollts Entdeckung gehen, meine Güte! Äh, ja, da sollts Entdeckung gehen, du Sack! Hallo! Ist das so vielleicht die Kiste? Nein, das ist nicht. Ich kümmer mich mal kurz. Der ist direkt in der Granate drin. Wie? Hilfe! Äh, ja, ich schlug den Beschuss. Kann ich den noch nicht wegkriegen? Äh, ich lieg im Dreck. Wie, du liegst im Dreck? Ja, ja, ich bin auch tot. Warte. Aaaaah! Ja, wir sollen uns weg. Erfolg auf ganzer Linie! Erfolg auf ganzer Linie, würde ich sagen. Warte. Moment, warte, 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 warte. Du schießt mir im Weg. Danke. Und der wär erledigt, der explodiert gleich. Oh, der stille Boss. Schon steht der denn noch da? Fertig. Kannst du die ganz rechts machen? Ja, hab ihn. Danke. Den anderen? Äh, bewege dich mal, junger Mann, danke. Ah! Da oben steht ein Scharfschütze. Ja, ich versuche heranzukommen. Ich hab jetzt drei bei den Kopf geschossen. Kannst du die unteren kümmern? Versuche ich, Sniper zu machen. Mein Geschütz ist noch da, ne? Vielleicht zumindest noch. Gut. Oben rechts. Auf der Leiter. Unten ist weg. Ja, hab ihn gesehen. Anders schon unten gelaufen. Hab ihn. Oben rechts. Jo. Wie geht's mit Sniper? Unten ist. Der ist weg. Was? Äh, clear würde ich sagen, oder? Scheint so. Würde ich auch sagen, ja. Liefert auch ein bisschen besser. Was heißt das? Brauch schießen oder hingehen? Geh hier oben hin. Einschalten. Machste? Gut. Jo. Zünder verteidigen. Sie wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen. Sie kommen. Ach, von rechts. Weil auch, wo wir gekommen sind. So. Ich hab mein Geschütz platziert. Da steht einer da hinter dir. Da ist wo? Von wegen sich die da hinten nicht. Meinst du den mit dem Schild gerade, oder was? Nein, den da hinten nicht gerade. Äh. Hä? Der Zünder war doch hinter mir. Verwirrt ich bin? Ja auch. Aufscharf. Bereit zur Detonation. Ich mach mal den Zünder. Ja mach doch mal den Zünder. Ich spür mal Muni auf. Weißt du was? Platzieren wir jetzt hier genau ein Geschütz. Sie alle wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen. Viele Leute zählen auf uns. Unsere Familien. Unsere Freunde. Die ganze verdammte Welt. Ich bleib mal weiter hinter dir. Guck mal, ob von hier was kommt, aber. Hupsala. Äh. Eh was, glaube ich, ne? Sogar die ganze Welt. Wenn wir sie nicht durchlassen, war alle und raten. Nein, ich hochschleppern. Eh ist heilen. Schleck dich. Ah. Es ist noch immer nichts am Zünder. Das war doch mal Granate werfen. Geh mal. Äh, wie? Geh. 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 Geh wie Granate. Ja, ja. Bringt's was? Ne. Fl 18 Mit in den Kopf. Geht ich nicht noch? Ja. Geht es nicht noch. Alles klar? Neen Lauf. 2, 1, vom Zünder weg. Autsch! Irgendwas ist hier explodiert. Ich glaub der Gegner. Ja, ich war mit der Pflaue. Ich hab gesagt, vom Zünder weg. Das sagtest du in der Sekunde, wo er Bums machte. Ich bin auch gefallen. Lebst du noch? Blöd, mich zu erschießen. Ich laufe mir jetzt entgegen, aber immer noch nicht hin. Ich liege doch im Dreck. Ah, du bist auch tot. Ja, ich lag auch schon im Dreck, deswegen. Achso. Wo stecken wir denn jetzt wieder ein? Beim Start. Moment, warte, warte, warte. Versuch mal irgendwie eine Runde höher zu kommen. Hilf vielleicht beim Snipern. Machst du den Zünder scharf? Jep. Ich hab mir schnell meine Schütze aufgestellt. Ja, warte, mach ich auch noch. Bei mir mit Kuh. Hast du? Hab die Wand gesetzt, ja. Wo? Äh, unten am Gabelstapler. Sie alle wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausdrennen. Viele Leute zählen auf uns. Unsere Familien. Unsere Freunde. Die ganze verdammte Welt. Deswegen müssen wir diesen Menschen, die sie jeden verteidigen. Selbst wenn sie sagen, sie kämpfern der Regierung. Sie wissen, dass sie lösen. Mein Geschütz ist weg. Die Union ist gefänglich. Können wir die Stadt noch retten. Sogar die ganze Welt. Wenn wir sie hier durchleiten, war alle unsere Arbeit im Sonst. Und das werden wir nicht zulassen. Da, dann nach. Der Kopf ist auf dem Schild. Hab ihn. Schild? Lila? Wo? Direkt vor dir. Hab ihn. Ah da kommt schon wieder so ein lila Typ da hinten mit Granaten. Alter hält der viel aus. Ah Mist. Hab ihn. Die Granate zu weit geworfen. Da kommt einer. Nein. Oder du. Autsch weg. Was war das denn? Die Bombe. Wieso? Achso. Ich bin tot. Ja warte ich hole dich gleich. Renn erstmal und schieß die Gegner ab. Heil dich. Konnte ich nicht mehr. Ich hatte schon in dem Moment schon eine Heilung. Hi Reed. Erschieß mich. Erschieß mich. Ich hab gar nicht auf die Zeit von dem Zeitzünder geachtet. Du musst bei 15 wieder loslaufen. Alle guten Dinge sind rülf. Richtig. Und ja natürlich wollen wir die Folge nur in die Länge ziehen. Natürlich. Achja du nimmst sie auf. Läuft. Läuft. Ja ich wollte mal eben looten. Sie alle wissen was wir hier machen. Und wie wichtig es ist. Sie alle wissen was passiert wenn wir dieses Wesen haben. Ja. Hast du das gesehen? Ne ich war doch mein Geschütz noch am aufstellen. Kannst du mal markieren. Kannst du mal markieren. Bitte. Ach. Das klebt mich doch im Arsch. Wenn wir sie hier durchlassen war alles in der Arbeit umsonst. Und das werden wir sie zulassen. Klar. Das wird nicht möglich. Ich bin ja so schlimm. Beth. Geures. 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 Mir ist krank. Das geht nicht um. Geures. 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 auch nur angeschaut ich gehe mal hier schon wieder runter da oben ja der schafft ich bin gleich dritte ich will für die kunden ich glaube schon tot weiß ich nicht so ständig falsch ich ständig aufgeben ich liest die idee sich das da aufgeben steht so rum ich denke da steht die ganze zeit was anderes töte das war knapp wo bist du ladebalken ich habe voll hier vorne liegt noch ohne grüner loot nee ich habe aus dem anderen spiel kenn ich das dass ich hier vorheilen kann weiß gar nicht mehr aus welchem deswegen drücke ich die ganze zeit immer auf leertaste weil ich denke ich heile mich denn schon mal vor dass du mich denn schneller aufheben kannst okay gut ich habe ich habe einen loot du also alles was ich aufsammeln kann der munition zu meiner munition bringt ja sowieso nichts davor ist nämlich eine munitionskiste beim gabelstapler ach stimmt mal schon mal hier sind vor allem granaten sind wichtig ich habe gerade sogar die pistol benutzt ok ich müsste auf ich müsste auf der mp sein aktives echo wo 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 amazon echo ne echo bedrohungen alle über uns ah hier warte mal machen wir das echo aktiv die 3 isolation identität unbekannt klar status unbekannt bla 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 okay aber siehst du irgendwas aus dem echo wichtig sein könnte ne nö ne hier oben sind gegner warte ich mach gleich einen scan kannst du nur um jahre handeln äh ja irgendwo da hinten ne hier ist nix sind alle hier ok tschuldigung ich bin ins mikro gekommen wo willst du hin glaube ich außenrum hochkomme so ich wollte jetzt nämlich schon anfangen party zu machen ach so ja warte sag wenn du in der position bist 3 2 1 los hier kommt irgendwie keiner zu mir hallo hallo ich bin hier da ist keiner mehr doch hier sind noch zwei ja aber du kannst die krabbel hoch aber wie die tastatur ausraste wenn ich getroffen werde ist unglaublich hallo hallo Achtung hallo ich bin die leiche einfach weggeflogen ich habe übrigens nichts mehr zum heilen ich müsste noch haben müssen wir nicht unten nach da hier rauf ich mach den unteren Nummer 1 2 3 ja da wollte ich gerade lang 4 von 5 oder muss ein anderer sein ach hier 5 ja moment ja ich habe mit einem Medipack den Wachtturm erreichen du weißt was los hallo 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 und da halten wir sie auf habt ihr verstanden diese Stellung dort werden wir halten und die werden sich nach wünschen sich nie mehr zu retten dann ist sie gekommen oder ja du bist im weg das ging einfach hör zu wer ihr ausweist ich schätze ihr seid bundesagessen aber das ist egal mir tut das falsche und genau deswegen werden die sterben wir haben sterben hast du gehört dann werde ich das erste mal heute sie hätten fliehen können sie könnten zu ihren familien gehen aber sie bleiben fangen wir mit dem gleichen Aufzug oder fangen wir mit dem gleichen Aufzug oder fangen wir mit dem gleichen Aufzug oder fangen wir mit dem gleichen Aufzug fangen wir beide mit dem rechten und dann und dann kommt ihr und falls ihr alles kaputt zu machen weil ihr nicht mann gesucht seid das zu tun was getan werden muss hat es aber nicht zielen hier drin kann ich nicht nein gesagt meinte ich ja achso die sind rechts und links alarmiert rechts oder links nehm die andere Seite die kannst du nicht erschießen du kannst sie nicht erschießen ja aber gleich das kommt wahrscheinlich noch komm ich durch durchs Glas komm ich durch durchs Glas läufst du weiter ja ich stehe quasi vor dir ja ein Reed ja runter das sieht aus wie eine bieberbombe oh ich hab oh ich erinnere mich an die Mission ich bin hier so oft gestorben noch ne bombe ist erledigt andere Seite waaah weg hier gerade auf die Scheibe kommen wir nicht durch ne sie gehen nachher auf ich erinnere mich langsam an die Mission wo ist noch einer? unten 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 ich geh mal runter die kommt noch hoch hä der ist gerade an mir vorbeigelaufen hä die können ja nur da hoch richtig? ja unten neben dir ja aber sie kommen ja aber sie kommen ouch wow das war ein Boss das war irgendwo eine MG Achtung Treppe Achtung nehm dir jo ist noch moment moment hat sie erledigt hat sie erledigt ich glaube aber richtig kommt noch einmal wo? oder auch nicht seit der hier rutscht hätte gleich einer die Treppe bekommen ist siehst du nirgendwo einen? ouchi ouchi ja hier unten ja hier unten ganz unten warte bleib oben schlock sie hoch habe einen andere kommt wo? bei mir hier an das Reppe theoretisch das mal looten hab ihn hab ihn oh kacke der ist mega übel warum dauert das denn so lange? sorry sind Probleme mit dem großen Amtang nichts mit alles in Ordnung das wurde aber auch Zeit Aua den Typen muss ich kiten der geht nicht anders Mutti lauf Mutti lauf Kacke Waffel Kacke Waffel Podio hab ihn Achtung wo ist er denn? Ach hier Achtung da sind welche wo ist er jetzt? Hallo? Achtung 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 Feuer Feuer Hilfe Achtung Feuer weg Jetzt lauf doch mal hier Ich lauf doch schon Achtung Achtung Tüttelt da nicht wer die höchste Feuerrate hat Achtung 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 以ice Es 보이 Ja Achtung ja ich bedanke mich bei euch recht herzliches zusehen beim tracheus bedanke mich recht herzlich fürs mitspielen schreibt mir in die kommentare wenn ihr bock habt dass wir zwei sowas öfter machen oder irgendwas anderes oder aber ich finde schon das ist mega spaß und gucken dass ein traktor das gleiche level bekommen dass wir quasi gleich mission machen können ich habe ziemlich knackig werden hier sind drohungen er schreibt uns die kommentare und bedanke mich recht herzlich fürs zusehen ab den schönen tag ich habe leider noch keine ahnung wann ich lasst einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat schaut beim tracheus auf zit vorbei ist trecker bilder richtig gibt es trecker bilder und ansonsten bis dann tschüss tschüss tschüss